Mein Name ist Last Sight Living und die Frage ist, warum sollte ich Klarnamen verwenden? Ich sollte keine Klarnamen verwenden. Eine Aussage, die ich mache, ist gänzlich unabhängig davon, wer ich eigentlich bin und man sollte sie auch danach bewerten. Die einzige brauchbare Information, die man indirekt aus meinem Namen erfährt, ist womöglich, wo man mich findet. Und wen könnte das interessieren, außer Menschen, die mir an die Gurgel wollen? Vielen Dank.